Manchmal ist es bei der Kunst wie beim Hieropraktiker. Da und dort ansitzen, dann ziehen, ein lauter Knacks. Und man kann wieder gerade stehen. Gewusst wie und wo. So auch bei Zeichnung und Malerei. Manchmal hilft eine kleine Korrektur da und dort und das Bild fängt an zu wirken bzw. sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Nur woher soll man wissen, auf was zu achten ist? Nun, ob du gegenständlich oder abstrakt arbeitest, die folgenden sieben Punkte kannst du mehrheitlich für alle Projekte anwenden. Die ersten drei Punkte behandeln Aspekte, auf die du im Allgemeinen achten solltest, um deine Werke ein Stückchen weiter voranzubringen. Die restlichen vier Punkte gehen dann konkreter auf das Werk ein. Wenn du schon weiter fortgeschritten bist, sieh dieses Video auch als Reminder an, denn sehr wahrscheinlich wirst du dieses oder jenes schon mal gehört und gelesen haben. Okay, dann let's go! Der erste Schritt ist die Basis von allem. Komposition und Gestaltung. Hier ist es wichtig, einen Anfang zu finden und eine mehr oder weniger solide Grundlage zu schaffen. Die Komposition oder das Kompositionsraster sind eine erste Hilfe, um die Elemente auf der Vorlage zu platzieren und sie zu arrangieren. Ob du den goldenen Schnitt, die Zentralperspektive oder eine andere Regel wählst, du kannst später immer noch abändern und variieren. Beginne die Gestaltung dann grob mit Kreisen, ovalen, geraden Linien oder Umrissen an, um durch diese visuelle Struktur einen Gesamteindruck vom Bild zu bekommen. Zur Komposition habe ich übrigens ein Video gemacht, das ich dir im Anschluss verlinke. Damit kommen wir zum zweiten Punkt und das ist die Schnelligkeit. Schnelligkeit. Also rasch arbeiten und nicht zu viel überdenken. Das ist vor allem am Anfang eines Werkes elementar, wenn man spielerisch an ein Bild herangeht. Schnelligkeit ist entscheidend in der Skizzen- bzw. Layoutphase. Aber auch später im Prozess hilft dir ein rasches Vorwärtskommen. Das heisst nicht, sich beeilen zu müssen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es bedeutet nicht, zu lange über Entscheidungen nachzudenken. Pausen sind notwendig, aber zu lange Pausen können zu Überwältigung und zum Aufschieben führen. Ferner hilft dir eine zügige Arbeitsweise, mehr Werke zu schaffen. So kommst du in deiner Entwicklung schneller voran. Das heisst, der Spassfaktor nimmt auch zu. Und du hast auch mehr Bilder und eine grössere Bildauswahl für eventuelle Ausstellungen und oder Verkäufe. So komisch das klingt in der darstellenden Kunst, ist mehr effektiv mehr. Dazu passt auch der dritte Punkt. Mut und Regelbruch. Das hört sich vielleicht ein bisschen theatralisch und nach grosser Umwälzung an, soll es aber überhaupt nicht sein. Klar, Regeln muss man kennen, bevor man sie brechen kann. Und auch dann nach gewissen Regeln. Hier geht es mir aber um die kleinen Dinge, die man normalerweise nicht tut. Zum Beispiel, statt mit Bleistift skizzieren, wieso nicht mit einem Pinsel oder einem Kohlestift? Was passiert, wenn ich Pastellfarbe auf Aquarellpapier ausprobiere? Oder Aquarellfarben auf dunklem Papier einsetze? Neugierig sein ist vielleicht richtiger hier als mutig sein. Solche Abweichungen bergen neue Erkenntnisse und führen zu kleinen, kreativen Durchbrüchen. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, sich selbst zu erlauben, Patzer zu machen, zuzulassen und daraus zu lernen. So, das waren die ersten Punkte für eher den Anfang eines Projektes als auch die allgemeine Herangehensweise. Gehen wir nun konkret ins Werk rein und schauen uns an, wo hier bekannte Stolpersteine liegen. Und wenn ich diese Stolpersteine auf einen Nenner bringen müsste, dann wäre es der Kontrast. Und zwar gibt es unterschiedliche davon. Der vierte Punkt in dieser Liste sind deshalb die Grössenkontraste. Variiere je nach Thematik bewusst die Größe von Elementen in deinem Bild. Grosse, mittlere und kleine Elemente sorgen für visuelles Interesse und führen das Auge durch das Werk. Grösse kann Perspektive darstellen oder für Wichtigkeit und Dominanz stehen. Stelle gelernte Grössenverhältnisse in Frage. Experimentiere hier. Man kann allein durch abgeänderte Grössenverhältnisse einem Bild unglaublich viel Individualität und Wirkung verleihen. Stelle Grosses klein dar und Kleines gross. Zeichne zum Beispiel den Kopf viel kleiner und die Beine ganz lang. Oder die Augen oder die Nase viel grösser und schau, was passiert. Hier braucht es nur wenig für grosse Wirkung. Und es macht auch einen riesen Spass. Und du wirst merken, konkrete bzw. korrekte Proportionen sind oft überhaupt nicht wichtig. An fünfter Stelle steht für mich der Kontrast zwischen Lockerheit und Detail. Stell dir ein langes Kleid vor, das vielleicht auf Brusthöhe einen speziellen Schnitt mit akkurater und sichtbarer Naht und gestaffeltem Faltenwurf aufweist. Der Rest des langen Kleides aber lose und locker fällt. Es geht hier auch um das Spiel zwischen Spannung und Entspannung. Zum Beispiel kann ein Teil des Bildes detailliert und präzise ausgearbeitet sein und der restliche Teil ist dann eher locker und vielleicht experimentell angedeutet. Und auch hier sollte dieses Spiel in einer asymmetrischen Balance sein. Mehr von jenem, dafür weniger von anderen. Das kann sich rein auf die Umsetzungsart beziehen, bei zum Beispiel abstrakten Werken, gilt aber auch für die inhaltliche Darstellung bei eher gegenständlichen Werken. Diese Balance zwischen Lockerheit und Detail hilft dir also dabei, ein Werk interessant und vielfältig wirken zu lassen. Der sechste und vorerst letzte Kontrastpunkt ist der Wertekontrast. Möchtest du deinem Bild mehr Dramatik geben, dann fokussiere dich auf die Hell-Dunkel-Kontraste. Das Spiel mit Licht und Schatten ist hier entscheidend. Das gilt für schwarz-weiss als auch für farbige Werke. Und natürlich darf somit der Farbkontrast nicht fehlen. Da gibt es ja einige davon. Der Komplementärkontrast zum Beispiel. Der Farbkreis kann dabei helfen zu entscheiden, welche Farben gut zusammenpassen oder auch nicht und wie man durch Farben Drama, Emotion und Subtilität in das Werk bringt. Hier spielt auch die Grösse mit eine Rolle, wie viel eine Farbe im Bild dominiert. Zum Beispiel hat auch ein kleiner roter Fleck in einer ansonsten Schwarz-Weiss-Zeichnung eine grosse Kraft. Und der letzte Wertekontrast in dieser Reihe sind die Übergänge zwischen den verschiedenen Elementen. Ob diese scharf oder sanft sind, das betrifft Strukturen, Striche, Schattierungen und natürlich Farben. Zum Farbthema habe ich auch ein Video erstellt, das ich dir am Schluss verlinke. Der siebte und letzte Punkt hier sind die Strukturmarkierungen. Ich nenne das jetzt mal so Strukturmarkierungen. Dies beinhaltet das Experimentieren oder den Einsatz mit verschiedenen Werkzeugen und Techniken, um zum Beispiel unterschiedliche Linien und Texturen zu erzeugen. Es macht nämlich einen markanten Unterschied, ob man eine Linie in einer bestimmten Struktur bzw. Strichart oder ganz normal und gerade zeichnet. Das gilt auch für die Pinselführung oder den Einsatz von fremden Materialien wie Stoffe, Schwämme, Schablonen und Ähnliche. Eine konsequente Nutzung von nur einem Pinsel oder einer Pinselart für ein Bild generiert eine ganz andere Anmutung, als wenn man klassisch je nach Bildfortschritt die Pinsel oder andere Utensilien anpasst. Natürlich könnte man diese Liste jetzt unendlich lang fortsetzen, aber für eine grobe Übersicht helfen dir diese sieben Ansätze, deine künstlerische Praxis zu erweitern bzw. aufzufrischen. Manchmal ist man so in den eigenen Arbeiten vertieft, dass man einfach den Blick nicht mehr ohne fremde Hilfe frei bekommt. Hast du einen persönlichen Tipp auf Lager, der deinen Methoden und deiner Arbeit besonders geholfen hat? Schreibe es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich von euch Dinge erfahre und dazulernen kann. Aber auch die anderen profitieren davon. Also win-win. Ansonsten lass gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es dir einfach gefallen hat und du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren und Kreieren. Mach's gut. Auf bald. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.